hallo zusammen ich bin hier an der messe bern und bin jetzt von zu hause hierher gefahren ich glaube bin ich nicht mit diesem auto hierher gefahren aber eigentlich doch aber das auto war verladen vorne mit dem bus und hinten mit dem anhänger und dem kleinen ding drauf weil es wäre zu weit die 75 kilometer reichweite reiche nicht um halb durch die schweiz zu fahren wir stellen hier auf auf dem stand f08 in der halle 12 und hier im eingangsbereich steht unser opel rox das ist ein opel und kein auto und ihr könnt euch hier besichtigen und ich persönlich bin nicht auf der messe weil in folge meiner knieoperation kann ich nicht so lange stehen ich werde am montagabend wieder hier sein um wissen helfen abzubrechen und mit dem rox wieder nach hause zu fahren von der messe gibt es genügend bilder hier von bern die caravan messe und hier verlinke ich euch ein video über die neuesten kühlschrank modelle die wir haben und ich wünsche euch einen schönen tag